Willkommen liebe GTA 5 Freunde zu einem neuen Easter Egg Video. Heute werden wir uns mit einer scheinbar verfluchten Villa beschäftigen, die sich nördlich von Los Santos befindet. Die Location zu der ihr kommen müsst, seht ihr gerade im Video auf der Map. Dort ist eben eine Villa gleich neben dem Stausee anzufinden. Vor der Villa ist übrigens auch ein Zeichen an die Wand gemalt, das nochmal den Weg zu diesem Easter Egg verdeutlicht. Dabei sind hier die Zahlen 18 und 07 zu sehen. Was es damit auf sich hat, das werde ich versuchen später in diesem Video zu erklären. Nun gehen wir erstmal rauf zu dieser Villa, die von außen auch ganz normal aussieht. Wenn man diese tagsüber erkundet, dann ist das auch so, hier gibt es wirklich nichts Besonderes. Und wenn dann aber die Nachthörer einbricht, dann spawnen auf einmal im Garten NPCs, die dort scheinbar eine normale Party feiern. Auch wenn an dieser Stelle manche YouTuber davon ausgehen, dass die NPCs merkwürdige Dinge sprechen, habe ich jetzt nichts wirklich Außergewöhnliches herausgehört. Ihr könnt das ja mal selber abhören und mir sagen, ob die bei euch irgendwas anderes labern. Was jedoch äußerst merkwürdig ist, wenn man die verschiedenen NPCs nämlich anrempelt, also wirklich nur anrempelt, sodass sie umfallen, dann sterben sie. Und das ist ja normalerweise bei den Nichtspielercharakteren in GTA 5 nicht der Fall. Außerdem rennen die übrigen NPCs nicht einfach weg, wie es normal das Verhalten von den Leuten hier wäre, sondern sie kauern sich auf dem Boden zusammen und versuchen um Gnade zu winseln. Dann habe ich mich so ein bisschen durch die Gegend bewegt, versucht noch ein paar andere Typen umzurempeln und dann bin ich draufgekommen, dass die Leute einfach nach einer Zeit verschwinden, wenn sie in diesem Stadium der Angst sind und sich auf dem Boden kauern. Wenn man dann wieder hinguckt, bleiben sie nach einer Zeit entweder verschwunden oder erscheinen noch einmal wieder, als ob nichts passiert wäre. Doch nun möchte ich klären, was es vielleicht mit diesem Easter Egg auf sich hat. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei halt um eine Party, wo die NPCs eben einfach umfallen, tot umfallen, wenn man sie anrempelt. Jedoch gibt es eine Theorie, was da dahinter stecken könnte und auf was Rockstar anspielt. In den 1960er Jahren gab es nämlich eine sehr konservative und rechtsradikale Sekte, im kalifornischen Raum. Diese nennte sich The Family, die so ungefähr immer 100 Mitglieder zählte, die aber immer variierten. Ein fester Kern, der aus 18 Frauen bestand, blieb immer Teil dieser Sekte. Diese 18 Frauen versammelten sich um den Sektenführer, der den Namen Charles Mention trägt. Dies könnte eben da auf die erste Zahl hindeuten. Die zweite Zahl, das sind höchstwahrscheinlich die Morde, die dieser Verrückte begangen hat, dieser wirklich geisteskranke Mensch. Denn er hat sieben Morde veranlasst und das in einer Nacht. Bei einer Party in einer Villa im Norden von Los Angeles, namentlich Cielo Drive, so hieß die Straße dort, gab es eben dieses Massaker, das von den Mitgliedern der Family, also dieser Gang, dieser Sekte, veranlasst wurde. Dort wurden eben sieben Menschen getötet. Die genauen Gründe sind bis heute unbekannt und es wird eben von diversen Leuten davon ausgegangen, dass es sich bei diesem Easter Egg um eine Anspielung darauf handelt. Genaueres nachweisen kann man hierbei natürlich jetzt nicht. Es gibt eben keine weiteren Hinweise, außer dass sich dieser Mord eben in der Nähe von Los Angeles zugetragen haben soll, in einer Villa und dass eben sieben Menschen umgekommen sind. Sonst gibt es eben keine weiteren Hinweise darauf. Ob das stimmt, ist damit dahingestellt. Es ist, wie schon gesagt, nur eine Theorie und ich lasse euch erstmal mit den Easter Egg-Fakten hierzu zurück. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass diese Theorie wahr ist oder ob es sich vielleicht einfach nur um einen Scherz der Entwickler handelt oder ob eine andere Geschichte dahinter steckt. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und mich würde es freuen, wenn ihr das Video noch bewerten könntet. Vielleicht schaffen wir ja sogar 40 Likes, wäre auf jeden Fall cool. Gut, dann war es das mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal, euer Sion Show. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal, euer Sion Show.